Warte, die braucht lange. Yes. Brems doch! Unser Supermarkt wächst von Tag zu Tag. Rewe, Lidl, Aldi! Sag mal, hört doch mal auf, mich immer anzufahren. Hilfe! Sag mal, was soll denn? Die sind von der Konkurrenz. Ich sag's dir, das sind Auftragsleude von Aldi. Oh, let's go. Steuern Sie den Gent auf die Mittellinie. Ja, ich bin schon längst. Ich bin auch schon. Ich fliege auch schon. Nicht betriebsfähig. Was ist? Warte, warte, warte. Warum ist jetzt nicht betriebsfähig? Irgendwas ist falsch. Irgendwas ist fehl eingestellt. Ich kann nicht lenken. Ich kann nicht nach links und rechts. Mary, wir haben ein Problem. Wir haben Pro- Alles gut. Okay. Landeklappen, Neigungsskala, Fahrwerk. Ich schaff das schon. Ist alles easy. Starten Sie durch. Mach ich. Jawohl. Sehen Sie das Fahrwerk ein und stellen Sie dann die Landeklappen auf. Fahrwerk B. Wir volle Leistung. Schieben Sie die Gashebel ganz nach vorne. Ich hab, ich hab B3. Was hab ich denn jetzt falsch gemacht? Mann, die erklärt mir gar nichts. Diana, wo bist du denn? Du machst hier gar nichts. Diana, ich drück hier die ganze Zeit Y. Du sagst mir, du... Diana, wann soll ich denn jetzt mal durchstarten? Sag mal, Diana. Ja, Diana, danke. Sie haben ihr Fahrwerk beschädigt. Diana. Diana, jetzt muss ich das doch mal von Anfang an machen, Diana. Das ist doch jetzt Mist. Seien Sie nächstes Mal beim Einreihen für den Start genauer mit der Lenkung. Jetzt hör doch auf, mich zu kritisieren. Okay. B. B. Oh. Wo ist B3? Wo ist B3? Mann, hier ist nicht B3. Ah, hier oben. Hier ist B1. Ich hab B3. Oh Gott. Diana. Diana. Okay. Warte, 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 warte. Ah, hier hinter ist B3. Stimmt, hier kann man vielleicht hochdriften. Oh Gott, ich will doch nichts schreiben. Oh ja. Also das... Mann, der geht jedes Mal wieder in diesen Schreibmodus rein. Hör doch mal auf mit dem Kram. Ich will nichts schreiben. Junge. Oh Gott. Nein. Ich fall runter. Aua. Egal. Huchhaft. Oh, nee, nee. Nein, nein. Hör auf. Hör auf, bitte. Mann, bitte. Hilfe. Bitte. Hilf mir doch. Da steckt was in meinem... Da steckt was in meinem Arsch. Mann, hör doch auf, Digga. Hör doch auf. Es ist... Oh, da warte, da ist die Mine. Nee, ich darf nicht auf die Mine. Eis. Oh, okay, 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 okay. Ich muss jetzt irgendwie diesen... Hm. Hm. Nein. Ich hab die Mine defused. Jetzt muss ich nur noch... Warte, warte, warte. Warte, ich muss sie... Warum? Warum triffst mich du? Das Ding ist, ich will nicht aufgeben, Alter. Ich will euch doch nicht enttäuschen. Ja, Alter, okay, okay. Warte, ich spring ab. Ich spring ab. Oh, 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 oh. Wie eng wird denn das? Oh, das ist, das ist, glaube ich, wirklich gut. Das ist mega. Das ist... Oh, 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 oh Roger Ball Oh Gott, oh ich sack ab, ich sack ab, ich sack ab Alter, das war so knapp, man So, Nudeln kaufe ich noch mal Mehl, da sind wir noch gut aufgestellt Wasser, Milch, alles da Oh, warum habe ich ja jetzt noch mal Mehl gekauft Okay, das war dumm, das stelle ich hier hinten in die Ecke Bottle Run von Cool Factory Palluten Bottle Run, easy First Try, ich bin gut im Bottle Run Kommst du hier auch gar nicht hoch Okay, 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 warte, 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 change character Wer kann, äh, der Fliegetyp Ja, warte, ja, oh, oh Ich muss das irgendwie Mann, wie soll ich da, ich kann das nicht überleben Mann Oh, das war, das war, oh Oha, oha, oha Verdammt Ey, ich kann jetzt nicht beim ersten Level, was wir hier spielen, aufgeben Wir werden sicherlich nicht alle Level schaffen Weil manche auch einfach mega unfair sind Aber ey, Junge, das ist das erste freaking Level Du bist doch mein superbestester Freund, super Edgar Das stimmt Ne, so klingt Edgar nicht In meinem Kopf klingt Edgar anders Edgar klingt, ja, mehr so, so weiß ich nicht So bedacht Wisst ihr? Komm, Junge Okay, ah, ich nehme den anderen Weg Alles, ja, okay Oh, oh, okay Ja, warte Oh, warte mal Ich kann ihn, kann ich ihn austricksen? Egal Oh Okay, du willst mich also herausfordern, Brudi Du denkst, du bist krasser als Oh, 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 nein Aber warte ab Trick 17 Oha Oha, der Auserwählte Der Auserwählte Habt ihr gesehen? Verdammt Ich bin doch ein super Vater, oder nicht? Ja, du bist der beste Ah GG, du hast Ja, ich hab aber nicht Der Victory Sound Der muss da sein Palermo, du hast mich enttäuscht, Mann Ich dachte First Track Du bist scheiße Oha Oha Nein Ufa Stopp Warte, die braucht lange Yes Ist auch krass, Junge Da vorne, da links ist einfach Wasser Ey, Leute, wir bremsen nicht Er, er, er bremst nicht Er bremst nicht Stopp Stopp Mann, bitte stopp Wir fahren da jetzt rein Wir fahren da rein Ich kann dafür nix Warum hat er denn nicht gebremst? Das hab ich, das hab ich beim besten Willen nicht verstanden Ich hab alle Alle Sachen auf null gehabt Und ich hab, ich hab die Bremse gedrückt Die war doch das in der Mitte, oder nicht? Oder war das die links? Ne, das war Function, Alter Was war denn das in der Mitte? Ach, in der Mitte Oh, ich bin so ein Trottel, Alter Ja, sorry, mein Fehler Der hier Ja, der Mudmaster Ey, der sieht doch so aus, als wäre er dafür geboren Alles klar, Junge Er wird einfach Ach, Mann, ey Perfekt Hier sagt die ganze Zeit jemand Overspeed Die Climbraste ist drin Die Schubautomatik aktiv Und wir steuern die Fluggeschwindigkeit durch den Schub Bei Bestgeschwindigkeit Landeklappen auf null einfahren Hab ich gemacht Sie müssen umkehren Was? Sie haben es nicht geschafft, die Flugstunde abzuschließen? Ich hab das doch alles gemacht, was sie wollte Wir waren doch fertig Ach, Junge Ma'am Das ist doch alles schief Ma'am Es ist unfassbar schief Ich mach Oh, warte Warte, ich dreh jetzt rein Ich, ich dreh rein Ne, das ist falsch Das ist falsch Ma'am 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 Ma'am, wir haben Probleme Ma'am Wir sind alle gestorben Ne, das ist Das fühle ich mich immer Hallo Und das ist Das ist das zweite Hallo Nimm doch bitte Schnell, 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 schnell Bitte Ich, ich hab's doch drin Ich hab's doch drin Was ist denn falsch Ist das falsch Nein, was war Nein Oh, warum Was war denn falsch, Mann Ja, das kommt in den Das ist doch Hausmüll Was denn? Das war doch Hausmüll Warte, dann hol ich den wieder raus Scheiße Ja, aber was ist denn das? Ah ja Hier einwerfen Leichtverpackung Find ich cool Dass es auch so Alternativwege gibt Hier Nix passiert Warum schreie ich eigentlich so Als wenn ich jetzt hier seh Oha Der arme Junge, der ist down Das ist auch geil Ich hab ein Achievement bekommen Treffe drei Felsen in einem Sturz Oh, warte mal Das schaffe ich doch, oder? Let's go Oh Oder auch nicht Aber hier kannst du Zack Abgeguckt Ja, und den Jump Den schaffe ich Ja, guck Das war Oh, nein Nein, 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 nein Derbe nice, wollte ich sagen Auf dem Maze Bank Tower Auf dem Maze Bank Tower Der macht das Der Junge, der macht das Der macht das Als ob Als ob runter jetzt Runder, runter, 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 runter Jetzt mal real talk Das war gar nicht so schlecht Genau, man zieht so hoch Damit man möglichst viel Geschwindigkeit verliert Oh, nein Nein, 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 nein Abruf, abruf, oh Gott Alles gut Alles gut Wir sind kurz abgebaut Wieder starte den Motor Kurze Drehung Und runter Oh, das ist gut Das ist gut Das ist wirklich gut Das ist gut Das ist gut Und jetzt Bremse, Bremse Brems doch Mach den Motor an Mach den Motor an Der Motor geht nicht an Irgendwas ist mit unserem Motor Der geht nicht an Es piept zwar Es piept Es piept Jetzt Oh, nein Abbruch Oh What? Junge, ich hab nix berührt Das ist ein sehr guter Winkel Das ist wirklich ein guter Winkel Junge, 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 Junge Jetzt, 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 jetzt Starte durch Meine Damen und Herren Vielleicht bin ich doch nicht Der Messi Der Fliegerei Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss